Herzlich Willkommen bei Games of Let's Play mit Xavax 150. Let's Play Orcs Master 2. Ja, wir sind in einer neuen Runde wieder. Wir sind wieder da und hoffen es ist eine geile Runde und so. Ja, wir haben getötete Orcs bisher so viel dabei getötet. Wundert euch nicht, warum das jetzt mehr sind, weil letztes Mal, in der letzten Folge hatten wir 2.988, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das plötzlich jetzt hier Fail ist, warum das jetzt mehr ist plötzlich, fast 1.000. Ja, ich habe vorher aufgenommen und ja, ich habe vorher wollte ich aufnehmen eben und habe vergessen auf den Aufnahme-Button zu klicken. Und ja, das habe ich jetzt ganz am Ende gecheckt, also ich wollte es dann schauen auf die Ränder und wollte es alles einstellen und so. Und zum Hochland dann alles perfekt einstellen. Das war jetzt fast fast. Findet plötzlich die Video-Datei nicht und dann jetzt drauf kommen. Scheiße, jetzt kann ich das nochmal machen und jetzt muss ich das halt sagen. Tut mir leid, ich hoffe, es stört euch nicht echt, es tut mir leid. Ich werde versuchen, dass es nicht mehr vorkommt. Das wäre echt scheiße, aber einfach mal ignorieren. Sorry, ich hoffe, es ist einfach kein Problem. Aber schaut einfach zu und genießt die Runde. Let's play. Gehen wir mal spielen. Ja, die Kräuter wäre eigentlich nochmal das nächste gewesen. Wir sind aber bei den Durchgängen, weil wir das jetzt nicht gespielt haben. Da habe ich nämlich nicht aufgenommen und da habe ich drei eben verdient. Schauen wir mal, ob wir besser werden. Schauen wir mal. Ja. Wenn Krawum-Fasswerfer nur weit genug oben platziert werden, sind sie effektiv. Bomben beschleudern mit Flächen-Flächenwirkung. Lorn schleudern große Gegenden nicht durch die Gegend, aber sie richten großen Schäden bei ihnen an. Okay. Gut, da seid ihr ja endlich. Diese Stimme, seid ihr das Meister? Warte mal. Du warst auch ein Lehrling des alten Mannes. Du? Du warst dein letzter Lehrling? Ich werde alles erklären. Das verspreche ich euch. Aber die Orks kommen. Tut, was ihr am besten könnt. Oh ja. Und so echt Leute, dass das jetzt so geht. Aber wir wollen einfach auf starten. Wir schauen jetzt noch vorher. Ähm. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Was hab ich das? Okay, warte mal. Starten wir jetzt mal kurz das Game. Und los geht's. Also wir haben ja Eisen. Mit dem können wir alle jetzt zerfrieren. Schau mal. Zeig ich euch an. So. Ja. Also. Den neuen Gegner. Das ist äh. Ein Troll. Und der kann sich. Also. Ist ein großer Troll. Das sieht man ja. Und der kann sich heilen. Den muss man halt. Sofort töten. Ja. Am besten. Wenn man sofort will. Weil der sich halt wieder heilt. Und steht wieder auf und so. Das ist nicht so gut. Aber ja. Das ist jetzt echt so mies, Alter. Dass ich das alles nochmal von vorn machen muss. Aber ja. Reden wir einfach nicht drum herum. Sondern. Tun wir einfach so. Ich nehm jetzt einfach. Ganz neu. Also ganz normal neu auch. Also. Erstmal. Jetzt bricht es da drüben. Hier ja. Scheiße. Ach so. Ich kann ja jetzt nicht mehr verkaufen. Kommt ja. Da kommt wieder der Harden. Geh weg. 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 Ich mag dich nicht. Oha. Nein. Verschwindet alle. Nein. Weggesleudert. Habe ich euch weggesleudert? Hihihi. Ahaha. Mums. Wir gehen dann nämlich auch hoch. Das ist natürlich gewahrt, die Kacke. Komm. Haha. Ich bin zu jung zum Sterben. Der eine ist zu jung zum Sterben. Oh, der haue ich genau in die Lava rein. Ey, wie ich den nicht triff? Ey. Ah. Wow. Ich hab was selber reingehoben. Okay. Jetzt bricht der Staudamm da drüben. Der Staudi da drüben bricht jetzt. Das ist schon ziemlich fies. Essensschlacht. Oh ja, es ist schon ziemlich fies. Das weiß ich. Schon wieder versählt. Fuck, die kommen ja jetzt von überall. Oh Mist. Oh nein. Oh. Boah. Oh, geht's doch weg. Nein. Ich hasse diese Nachkämpfer so sehr. Also die mehr kann man explodieren. Also kommen sie jetzt von oben. Nein, nein, nein. Okay, alle. Weicht's von mir, ey. Alle, sie sind so. Ah. Ja, man. Oh nein. Oh nein. Ah, fuck. Nein, da kommt noch einer. Oh. Nein, 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 nein. Nein. So noch. Hier kommt sie nicht durch. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ich war zuerst da. Ah, da kann man scheinbar sein ganzes Leben wieder zurückflaumen. Oh mal, wo ist denn das Teil? Ah, hier ist das Teil. Oh ja, zählt Feuer. Ich bin gerade mit meiner Mama aus, aber jetzt geht es wieder. So, Verlangsamung ist Hammer. So. Schon wieder das Feines. Vorher war es ja auch was Feines. Wann brennt das hier? Also das ist von hier oben. Ungültige Position. Vielleicht muss man raufschießen oder so. Scheiße, das muss man wirklich. Mein Kopf brennt eh schon. Oh nein, jetzt kommt der Krex da. Weg. Weg da. Jetzt sind wir auf der kleinen Minimum. Das sind kleine, dunklerote Punkte. Oh nein, da sind wir, oh nein. Hey, warte mal, wo ist denn der jetzt hin? Hallo. Hallo. Schau, jetzt kann man das nochmal einsetzen hier. Das macht genau so. Juhu. Ey, das hat sogar Schaden. Das weiß ich gar nicht. Oh ja. Nein, hier kommt sie nicht durch. Nein. Nein. Oh, du auch? Also ich bin es auch normal, aber warum? Wo ist sie dann her? Ich bin es nicht so weitermachen. Immer ewig so weitermachen, oder was glaube ich? Ich dekoriere ein wenig um. Ah, okay, okay. Wenn es weiter nichts ist. Sieht nicht grässlich aus. Scheiße. Jetzt gibt es was Feines. Schon wieder? Es gibt es nichts. Snacks zu messen. Haha, immer gern. Oh ja, weg. Da haben wir noch so einen Drang. Das ist gut. Oh. Alter, diese Dinge da. Guck mal, damit muss ich ja oben aufpassen. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. So, hier mal kurz Mana nehmen. Achso, ich habe ja einen Zwerg darüber hingesetzt. Gerne, der steht nicht mehr auf. Oho. Nein, nicht schon wieder die Viecher da. Weicht's alle von mir, ey. Ja, und jetzt weg. Haha, haha. Die Zacken sind meine Helfer. Oh ja. Oh nein, nein, nein. Es ist schon 22, ey. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Ihr kriegt sie mich nicht. Oh, schon wieder. Voll die geile Stimme, ey. Oh ja, Leben. Wo ist denn der? Da lebt doch noch irgendwo einer, oder? Der Karte angezeigt, irgendwie. Okay, jetzt werden wir da mal... Warte mal, hier haben wir noch? Ah, hier lebt ja wirklich noch einer. Hm? Lol. Ähm. Schaut sie mal auf die Map um. Das war lustig. Was war, ich hatte ein Bug, aber richtig. Fail Bug ever. Habt ihr das gesehen, ey? Da war einer Wand drin, oder sowas. Oh ja. Weg da, alle weg. Oh ne. Nein! Oh, ich hasse diese Viecher. Die sind so schnell, und man merkt's gar nicht. Hey, die sind plötzlich hinter dir und machen Boom. Machen Boomie. Nee, 11. Oh, weg, 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 weg. Da kommen sie schon. So, und jetzt. Aber warte mal, ich hab sie noch nicht. Und jetzt. Ha, perfekt. 1, 2, 1, 2. Oh nein, da ist schon wieder so einer. Da ist schon wieder so einer. Schau, da ist der Ogre. Also der, da, 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 da. Troll. Ja, nein, nein, nein. Ich muss den killen, Alter. Komm schon, stirb doch, stirb doch. Oh ja. Ha, okay. Können wir hier mal noch Zwerge dazu machen. So, dann wären wir hier. Oh ja, das wird es. Zeit für ein Tänzchen? Okay. Okay, das war das Tänzchen. Hey, wir müssen weggehen damit. Oh. Mann, Gott, komm her. Oh, Alter, wie meine Maus kratzt. Ja, meine Maus am Hintern kratzt. Oh ja. Ihr kommt hier nicht durch. Oh nein. Perfekt. Das erste Mal eingesetzt. Oh nein, da ist schon wieder dieser Vogel. What the fuck? Nein, das sind diese Bücher. Leck mich, leck meine Eieieie. Oh, aber ich bin nicht lebe, Alter Schwede. Hier hinten warten ist was am besten, hä. Das kann man von hier auch abschießen. Weck gemacht. Weck geboost. Oh. Ah, passt. Mein Mann war Zwerge nur mehr machen, weil... Das sind echt verdammt effektiv. So, da. Schon wieder ein zweiter Vorname. Andi, Orbeut. Ganz streng. Andi, Orbeut. Oh, wo geht denn der Zweck in der Wartoffkanz? What the fuck? Ich habe mir nicht so viel Leben, Alter. Er kriegt es mir nicht. Ja, nein. Ich muss aufpassen auf diese Schnellfiecher. Einstellendingsbums und der... Oh mein Gott, jetzt kommen die Bogenschützen. Ich habe so wenig Leben. 1, 12. Oh, ho, ho. 1, 2, 5. Ich habe mich schon wieder verzehrt. Oh, ho, ho. Komm, das ist aber nicht weit, hä. Fuck, nein. Weck da, weck da. Ich will euch ja nicht töten. Aber ihr tötet mich. Ich muss mich riechen. Ich habe wenig Leben, Alter. Das sind Probleme, ey. Was habt ihr für Probleme, ey? Ja, ja. Perfekt. Haha, das war per geil. Und jetzt Nahkampfwaffe, Alter. Womm. Da geht er durch, ey. Da sieht man gar nichts mehr, wo man hinhaut. Einfach nur womm, womm, womm. Einfach dauerhaft one... Also, maus... Mausklick machen, ey. Durchfeuern. Ey, das haben wir gepackt, ey. Das haben wir sie weggesnackt, ey. Mit meinem Lachfläscher, oder? Zimmerservice. Oh, krieg ich einen Zimmerservice. Oh, nice, nice. So, perfekt. Wenn wir gleich hier mit mehr Geld warten, oder weil wir hier kann man gar nichts bauen. Ah, na, hier. Bin ich auch sehr gewöhnt, was zu bauen. Oh, da kommen sie ja schon. Oh, nein. Der ist ja... Der ist auch... Das ist aber an meinem... Vorletzten. Da kommen jetzt diese Viecher. Perfekt. Hättet ihr wohl gerne, dass ihr da durchkommt, ihr Karnacken. Wop, 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 wop. Oh, wo ich hinhau. Ich hoffe... Ich hab so wenig Leben, Alter. Ich muss hier weg, ey. Ich bin nahe... Fernkämpfer, ich bin Fernkämpfer. Ich bin Fernkämpfer, ich bin Fernkämpfer. La, 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 la. Ich bin Fernkämpfer. Oh, nein. Ihr kriegt sie mich alle nicht. Oh, oh. Oh, ich hab wieder Leben dazugekriegt. Okay, pass. Angriff. Boah, man sieht einfach gar nichts mehr. Man schießt einfach mal so rauf. Alter, wie da immer noch viele nachkommen, hey. Auf einem Fleck alle stehen, das wär am geilsten. Du auch noch. Schütten und gerührt. Oh, ja, erschrochen. Das ist natürlich auch ein gutes Omen. Ja, das glaub ich auch. Hier kommt voll die langsame Welle hier, du. Erstmal alles verlangsam hier, dass überhaupt keiner mehr... Kann... Oh, 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 oh. Das ist ganz langsam. Los geht's. Angriff. Wir sind schon zehn vor zwölf. Nur zwei Runden. Uh, da haben sie gepackt, Mann. Da haben sie gepackt, ey. Hätt ich mir gleich einen Dank hier holen. Uh. Voll das Leben haben, ja. Wie der gleich einen Zeitflug, glaub ich, macht da, ey. Episch, nice. Und jetzt aufpassen. Und jetzt aufpassen. Und jetzt aufpassen. Ich hab da mal immer einen Hals. Und verhaut auch noch. Oh, da wird es selten nicht mehr. Der ist schon der gleiche. Oh, das ist der da. Warte, mal. Null, null. Oder einfach jetzt schießen. Und... Aber es ist, glaub ich, hinten die Zwerge. Hier sind noch nicht so viele am Rand, ey. Ja, ja. Das weiß ich auch schon. Nach 3000 Mal, wie man mir schon gesagt hat, hab ich das auch schon kapiert. Geht das eigentlich, wenn man einfach so da haut? Oh, es geht nur, wenn man schießt. Mal rüber gehen. Oh, nicht schon wieder diese Viecher. Oh, ja. Einfach mal durchrushen. Ah, wenn wir mal irgendein nochmal pischen auch. Das wäre natürlich auch nice. Oh, jetzt wird er aufpassen. Oh, nein, aufpassen. Gut, dass sie so langsam sind, weil... Sieht man ja, wann sie kommen. Und man schaut nur in eine Richtung, ja, das ist... Ja, das ist ja. Das ist hammerhaft. Ja. Glänzend, wenn alles so verlangsamt man uns hat, ey. Das war mal sowas, was so richtig Flächenschaden machte. So, oder? Okay, hier kann man nichts mehr haben. Aber es ist eh schon die Vorletzte-Runde. Erwundert sich eigentlich, aber kack drauf. Wir warten hier. Bum, bum, bum. Elefant, das, das, ne. Oh, ja. Warte, 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 warte. Kommt's, Alter, ja. Ja, kommt's, Alter, ja. Ja, kommt's, Alter, ja. Ja, komm. Mal ein bisschen warten. Und jetzt. Oho. Und jetzt durchrushen. Oh, nein. Ich hab... Wenn ich leben, was tue ich denn nur? Aber ich krieg... Warte mal, ich hau... Sie hauen mich noch nicht. Also kann man mal schnell... Schnelle Steiler nehmen. Und jetzt aufpassen. Okay, er hat sich knapp. Oh, nein. Oh, mein Gott. Schaut, Leute, wie wenig... Nein, ich hab's überlebt. Ich hätt' gedacht, ich hab's überlebt. So, schnell verlangt Dings und... Oh, ja. Komm weg, 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 weg. Alle weg. Alle, komm, geh da nach Hause, geh nach Hause. Komm schon, komm schon. Ja, kommt der. Oh, das Leben hab ich schon. Und es hat BOOM gemacht. Und es hat BOOM gemacht. Und es ist gepackt. Achso, jetzt kommt die letzte Verval. Ist manchmal nicht so... Einsichtig. Schickt mir mehr. Was? Schickt mir mehr. Bombons. Bombons. Schickt mir mehr. Bombons. Oh, mein Gott. Oh, die gehen weg. Und jetzt. Oh, ja. Und... Null. Perfekt. Die haben wir weggewatzelt. Hier kommt der Nächste und... Nein, jetzt haben wir vergessen, ihn zu eisen. Nicht vergessen. Wir haben es vermasselt. Aber jetzt. Oh, da kommt gleich der Nächste. Auch erwischt. Und... Raufschießen. Oh, ja. Das ist schön. Einfach nur durchrushen. Oh, jetzt bin ich verdaut wegen dem Kacker. Du, habe mich bedäuben. Du hast mich bedäuben. Ja, Leute. Da haben wir es gepackt, Mann. Fast gleich wie vorher. Oder haben wir eine Besse? Schauen wir mal. Oh, wir waren ganz gleich gut. Sieht man auch, man kriegt nichts dazu. Davon. Ah, schaut mal. Das ist doch voll geil, hey. Eins, zwei, drei, fünf, acht, sechs. Das wäre Vierer statt dem Achter. Nein, der Achter nach links geht ein Vierer. Das wäre echt geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das wäre echt geil. Okay, ja, Leute. Ich kann euch nur mal sagen, es tut mir leid, dass ich das verbockt habe. Ja, sehen uns in der nächsten Runde. Das war Heißdarm beim Horidor. Ja. Ciao, Leute. Haut rein. Jetzt sind wir halt bei 4000. Kann man nichts machen. Ich hoffe, es hat nichts Böses. Ciao, Leute. Ciao, Leute.